Ja, hier ein kurzes Erklärvideo über den Fensterinhalt des Publishers. Er ist ja fast genauso aufgebaut wie alle anderen Office-Programme, so wie Word. Der Unterschied, der hier ist, ist, dass du die einzelnen Seiten, also hier eine Seitennavigation hast. Du hast hier dann den Arbeitsbereich. Hier in diesem grauen Bereich sieht man es hier schon, da kann man sogar Elemente ablegen und zwischenparken. Das ist der Entwurfsbereich. Hier haben wir den Arbeitsbereich, da ist jetzt schon etwas drin, nämlich dieses Fenster hier habe ich erst kopiert und hier eingefügt. Dann hier sieht man auch, wenn ich näher hingehe, ein entsprechendes Textfeld und man sieht hier, wenn ich jetzt also hier nichts angewählt habe, sondern jetzt also kein Element aktiv ist und ich wähle hier eins aus, dann erscheinen hier plötzlich die Build-Tools. Das heißt, das ist ein inhaltsabhängiges Menü, was hier entsteht. Das heißt, das ist nur da, sobald ich etwas anklicke. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Textfeld erstelle, ziehe das hier auf, dann habe ich hier auch inhaltsabhängige Menüs, einmal von den Zeichentools, also wo es um die Bearbeitung der Form geht und dann hier die Textfeld-Tools, dass ich hier praktisch die Schrift hier entsprechend bearbeiten kann, was ich hier aber unter Start auch nochmal in nicht so ausgeprägter Form nochmal sehe. Wenn ich hier außerhalb klicke von diesem Textfeld, dann verschwinden diese Menüs dann wieder. Ja, das hier, dieser Bereich Schriftart, das kennst du aus Word, also Schriftart, ich klicke hier mal wieder rein, Schriftart, Schriftgröße, größer, kleiner, dann auch hier mit den Aufzählungen, mit der Nummerierung, auch wenn man mit der Maus hier drauf bleibt, dann erscheint hier dieses Feld, was diese Schaltfläche auch immer macht. Was haben wir noch? Den Zoom hier unten, entweder mit dem Mausrad drehen oder hier mit diesem Schieberegler kann man das halt entsprechend auch einstellen. So, jetzt zur eigentlichen Aufgabe, damit man sich das behalten kann, das lösche ich hier mal weg und dann gehe ich hier rüber auf die andere Seite. Also hier fängt es erstmal an, dass du hier deinen Namen reinschreibst, damit du nach dem Ausdruck deinen Ausdruck wieder findest und ja, dann geht es darum, hier diese Schilder entsprechend auf der Seite zu verteilen. Also das hier wäre die Seitennavigation, dann hier oben dieses inhaltsabhängige Menü, schrieb man ein bisschen hoch, damit man das noch erkennen kann, dass das hier, das hier gemeint ist. Was haben wir hier noch? Ja, das ist halt, das war das Fenster, was wir hier brauchen. Den Zoom, den brauchen wir nachher unten, also das Schild kommt hier rauf, der Zoom kommt hier runter. Dann haben wir hier einen Entwurfsbereich, das ist der graue Bereich, das ist der Arbeitsbereich. Dann Textfeld einfügen, das können wir hier so positionieren, das ist das Textfeld, das ist die Schaltfläche dazu. Das ist das aktive Textfeld und die Zeichen- und Absatzformate, die finden wir hier. Das können wir jetzt so drüber schieben, weil der Inhalt, der ist ja schon aus Word bekannt. Ja, und wenn das hier in dieser Form auf deinem Blatt ist, dann kannst du das ausdrucken.